Ja, ich habe natürlich auch ein anderes Leben hinter mir. Ich habe ja auch, wie gesagt, 13 Jahre war ich drauf, auf Nadel. Ich habe einiges hinter mir und bin natürlich jetzt im Programm, aber ich habe das ganz anders da erlebt. Abstoßen, wie die Leute auf einen reagieren und geh weg und so, das kriegt man schon mit. Das Wasserhäuschen helfe ihm, mit seiner Sucht klarzukommen. Aber ich kapiere das einfach nicht. In meiner Welt ist das hier kein Ort, an dem ich Rückhalt erwarten würde. In meiner Zeit, wo ich drauf war, hat man nur mit Leuten zusammengesessen und da ging es nur um die harten Drogen. Und das meinte ich mir. Das ist hier Gott sei Dank nicht so.